Das sind Alice und Bob. Im Urlaub haben sich die beiden mit dem neuen Nosovirus angesteckt. Das wissen sie aber nicht. Und so stecken sie in ihrer Heimatstadt Bleibhausen munter andere Leute an. Erst als sie krank werden, begeben sie sich in die Klinik. Aber wie viele Leute haben die beiden schon unbemerkt angesteckt? Ist ein großer Virenausbruch noch zu verhindern? Verfolgt die Ausbreitung des Virus. Schützt eure Stadt. Findet die beste Strategie. Knackt den Punkterekord. Und werdet Pandemie-Profis. Virusalarm in Bleibhausen. Bestellt jetzt kostenlos euer Spiel unter ist.ac.at slash Virusalarm. Passt doch super in den Unterricht. Jetzt benötigt die ми Hellen. Und jetzt werden wir das erste Mal mit dem Umsatz lösen. Jetzt werden wir die Klinik unten in der Hand obscure. Jetzt können wir es um diesen Prozess hinzuzäuern. Jetzt können wir es um 1 Klinik unten geben und wofüren. Und jetzt wollen wir es um die Klinik unten an. Ich versuche das in eine Klinik unten. Sie面er, übrigens eine Klinik unten zu leichter. Vielen Dank.